Hallo liebe Leute, hier ist der Beneter mit dem Jünter und der Manfred und der Holmzeugferd. Ich bin immer noch am Eisen kloppen. Hallo. Guten Tag. Sag mal, das ist da im Haus, das Ding. Ja, ist es. Aber eigentlich sieht es cool aus, oder? Ja, in der Bank oder sowas, ja. So, äh, Günter, wo ist denn das Ding hier, äh, das Hölchen? Ich bin schon drin. Ja, wo bist denn du? Ich sag doch, ich will auch, wie es los. Du hast gerade gehört, was für ein Sandwich fressen gelabert. Genau. Habe ich auch schon kurz in Sandwich. Wo bist du? Ähm, Base da raus und dann links rum am Strand vorbei, ich warte hier eben. Links rum am Strand vorbei unten? Ja, unten. An welchem Strand? Also nicht vom Deich, sondern beim Fluss, oder wie? Genau da, wo man hier das schöne Mauerchen gebaut hat. Hier wurde mit dem Aufgang. Aha. Dann wirst du runter und dann links. Und dann? Links rum. Ja, und dann? Warte, da stehe ich hier, ich warte auf euch. Nur links laufen, nicht rechts da, da kommt schon einer. Ja, bin ich schon. Da kommt die nächste. Ich glaube, von der Höhle habe ich schon geträumt, da sind viele Krokodile drinnen. Ja, 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 habe ich auch gerade gesehen. Echt? Die fahren sich da auch ein paar an, du. Ja. Boah, was? Krokodil-Sex? Hab schon nie gesehen. Ja, und ein Meister Krokodil ist hinten. Also, Vorsicht. Der Chef? Ja. Ja. Na den hauen wir jetzt schön auf die Larven. Aber zuerst natürlich diejenigen da weg. Da kam ein Pfeil wie ein Blitz geflogen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Ja, das war meiner. So. Du kriegst aufs Maul. Du kriegst aufs Maul. Och hier, Eier. Eier ist gerne. So, die sind jetzt sofort da. Hier um die Ecke ist es. Ja, wie gesagt, ich kenne sie ja. Okay. Ein Geist hat mir die Visionen gezeigt. Hat gesagt, da rein und dann ab geht die Luzi. Genau. Oh, hier eine große Höhle. Gibt es auch Kristall? Oh, wusstet ihr schon, dass hier so eine Höhle ist? Nein, Schwefel. Schwefel ist da drinnen. Schwefel? Ja. Aber das brauchen wir Stahl herstellen. Uuuuuh. Äh. Gibt es hier Licht? Was ist das Gelbe hier? Schwefel. Boah, meine Spitzsack ist kaputt. Äh, ich kann mit meiner das... Ach doch. Da müsst ihr mal abbauen. Ich kämpfe wie ein Mann. Hüni der Stehlande rennt vor. Ne, warte doch mal. Und wird gefressen. Ja, du bist nur wieder tot. Das war's dann. Ach, scheiße. Ach, da beim Wasser sind sie meistens. Hier, links. Äh, rechts. Ich wollte gerade sagen, links. Das ist ein Steinberg, Junge. Boah. Was macht den hier? Er legt ihn in den Arsch. Mach den tot. Wow. Da kommt das nächste. Gut. Okay. Ey, Lutscher, da könnt ihr kommen. Noch einer. Sacke noch eins. Alter, was ist das von Versau? Oh, ich muss hier weg. Äh, kurz warten aufladen. Ja. Ja, ja, bitte. Ich hab hier noch ein Tufisch-Sandwich. Will zu eins. Äh, die ist ja angebissen. Es ich nicht so gerne angebissene Sachen. Ach so. Dann tut's mal ein. Sorry. Holms ist auch drunten, glaub ich. Ich bin da. Ach, da ist er. Jetzt hörst du. Genau. Ah, hier ist eine Produktion läuft. Guck mal, da drüben ist ja auch der Kaffee durch. Ja, ja, die Höhle geht bis nach hinten, ja? Ach, die grüne Neue. Und ganz hinten, Mama Krokodil. Ich überleg gerade. Wartet mal kurz, ich bin mal hier. Ey, ich kann auch eine Fackel bauen. Och man, haben wir uns zöhnisch dabei. Scheiße. Ja, ich bin jetzt Kissenmacher. Äh. Ja, schon das nächste Krokodil. Oh, ich rufe. So. Ja, kann weitergehen. Wo ist ein Krokodil? Da, bei der Fackel vorne. Ich lock's mal an. Sag mal, was ist denn hier das leuchtende da? Kann man da sammeln? LOL. Ey, das ist ein Krokodil. Günder, komm mal raus. Günder. Oh, warte, ich bin zu langsam. Ich habe Leuchtschleim. Rauf, Günder. Wo ich stelle das? Ja, komm wieder raus. Ich komme raus. Ich bin raus. Das ist tödlich. Ui, da kann ich rausgeschnippert. Da ist ja wie ein Camouflage-Ding. Das kam, wie ein Krokodil aus dem Wasser geschaffen. Ich geh rüber. Die muss zusammeln. Die muss zusammeln. Was denn? Ich bin auch noch auf der Insel. Komm rein, komm rein, komm rein. Ja, haut mich mit, äh, Schwer. Ach. Äh, die blauen, die blauen Pflanzen Sammelmänner. Da kriegt ihr Schleim, äh, Leuchtstoffe. Ja. Leuchtschleim, meine ich. Ja? Was brauchen wir? Wie sammeln das? Ehe. Wie taucht morgen? Ich kann nicht tauchen. Jetzt ja. 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 Hier, alles mitnehmen. Fasern und Schleim. Es kommt das nächste Krokodil. Sag mal, wo ist ja nicht der Beneta? Bin mir meine Sachen wieder anbauen. Die mir der Manfred geklaut hat. Schau drauf. Oh, ist tot. Warte mal, ich bin die Stufe aufgestiegen. Wartet ihr mal kurz? Ja, ja. Okay. Hast du einen Bogen, wo du schon mal dabei bist? Bogen? Bogen, ja, ein Bogen. Weißt du? Eine Flitze Bogen. Was wollte ich denn machen? Was wollte ich denn? Ich wollte doch irgendwas. Was war Stamina Pool? Ja, hier Standhaftigkeit. Stehvermögen. Stehvermögen, ja. Stehvermögen, ja. Stehvermögen, ja. Okay. Rezeptlern. Oh! 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 Oh oh! Oh oh! Der holmes macht ja alles alleine mal nie. Der nimmt den ganzen Spaß für sich. Okay. Ich hab euch beschützt. So, schauen wir mal. Zuerst die Kleine bevor wir auf das ganz große hinten losgehen. Oh, das ist riesig. Was ist das denn? Aber ich hohl's jetzt noch das kleine her. Naja. Sag mal, kann das sein, dass du mal World of Warcraft gespielt hast? Ich? Nö. Ja, ne? Okay. Wieso? Ja, voll im Plan von Pullen und sowas. Da macht man ja eigentlich bei World of Warcraft. Wenn du der Raid dann. Achso, naja. Für mich ist das normale Taktik. Ja. Ich sehe es jetzt gerade wieder nicht. Ah, da hinten ist es. Du kriegst das von der Entfernung getroffen. Ja. Ein bisschen höher muss ich, glaube ich, ziehen. Ja, der hat gesessen. Nee, der war doch nie. Jetzt kommt's. Da stimmt die auch nicht. Sag mal, macht uns das dicke Krokodil da hinten tot? Äh, der Wegkriegst tot, ja. Ja, wenn der dahinter ist, dann weiter. Ich komme in seiner Tasche rum, guck da wieder nix. So. Wie ist da hinten, Manni? Ach, Ralsmaul. Aber es kommt noch ein kleines. 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 Nee, ich gehe wieder, das wird zu groß. Da kommen noch zwei Männer. Eins rechts, eins von links. Okay, warte, ich habe die Pfeile pirat. Und drei auf der Latschau. Da kommt noch zweite, da kommt noch zweite. Hinter euch Männer, vorsichtig. Die Beisen mischen. So, jetzt muss ich auch mal eh mein Leben auffühlen. Dann geht das hier nicht so. So, ja, 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 ja. Sag's, wenn ihr bereit sitzt, dann hole ich auch das große her. Wir können alle mit dem Bogen drauf schießen, am besten. Ich habe keinen Bogen. Aber der Veneta, ich bin nicht vollgeladen. Seid ihr denn bescheuert? Jetzt geht's los. Ja, hau, ich mach mit meiner Stehler in der Hand. Der Stehler in der Gyni macht, ich renne vor. Ja, genau, genau, gute Taktik. Ich weiß nicht, das ist ja, okay, warte. Äh, 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 alter. Nick mich am Arsch. Dann ist das Krokodil von Hook. Ich hau drauf. Wörst du, das tickt, da tickt, da tickt, da tickt. Los, wir müssen mit drauf. Ey, Leute, das weißt du, ich einschlagen, ich bin tot. Komm mal, Helfer mit. Das geht auf mich, glaube ich. Ja, ja, ich hau drauf, ich hau drauf, war das Leben durch. Oh, das im Maul. Die Zähne, die fletschen hier. Alter, ist das ein Vieh. Es hat gepumpt. Echt? Ey, wenn der scheißt, alter. Da kann's passieren, du bist erst mal noch einen Meter kacke begraben. Ja, ich glaub, der hat. Oh, der hat mich gebissen, ich bin tot. Micha, ich geh auch mal kurz weg. Wow, ich hab keine Ausdauer mehr. Jetzt, weiter geht's. Nein, 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 nein. Nicht ins Wasser, was denn? Geht, äh, zurück, zurück. Ich hau drauf. Ja, oh, lol. Da hat nicht mehr viel gefehlt dann. Und jetzt? Exotisches Fleisch. Ja, nimm mit. Ja, das machen wir aus. Und es ist ein exotisches Filet. Alter, was für ein Vieh, hä? Aber da vorne muss ja irgendwas sein. Da ist es nicht unbezüglich. Ja, ey, wartet doch. Wartet auf mich. Komm mit. Da ist eine Tür. Kann ich noch ein kleines drinnen? Oder was? Ah, na, das bist du. Das war genau. Der Gewinner, der die Schlacht des Krokodils gewinnt, wird belohnt mit 100 Jungfrauen. Oh, was machen wir jetzt hier? Ich hab's hochgeschlagen. Was ist mit der Tür? Mach die mal auf. Aber ich glaub, das geht nicht. Da musst du die Spitzsacke nehmen und dann... Das musst du aber eine Stunde machen. Geht nicht so. Jetzt haben wir das 4 Uhr ledigst du, ne? Jetzt können wir in Ruhe das Schwefel abbauen. Bleibt da tot oder kommt das wieder? Es kommt wieder. Ich sammle mein Deutsch. Ach, besser. So wie alles hier bei Conan. Okay. Ich hab ein Schatz-Tour gefunden. Echt? Ja, hier. Wo? Du musst mich veräppeln? Ja, sicher. Hier. Da. Wo ist hier? Da. Da ist eine Skizze von Money drin. Mit dem Krokodil zusammen. Meine Spitzeachse ist kaputt. Ja, meine auch. Da können wir. Hier zurück. Du baust mit der Axt, schwefelst schneller ab, wie da mit der Spitzeachse. So, je bauts. So. Ich bin auf dem Weg zum Eingang. Ja. Ja, jetzt wartet. Ich nehm noch den Schwefel mit. Ja, ja. Ja, komm. Ich warte beim Eingang hier. Wir haben ja alles getötet für dich. Du schaffst halt schon. Leu. Ich warte hier auf ihn. Ich schau dabei, was ich noch lernen kann. Ja. Sag mal. Okay. Ja, nicht. Holmes. Ja. Rückwärts. Was ist denn mit der Höhle mit Kristall, damit wir Glas machen können? Ich weiß, was du meinst. Ich habe leider noch keine gefunden. Hier kommt ein Geist auch nicht zugelaufen. Jetzt mal ohne Scheiß. Das tut dir ja nichts. Der Geist tut dir nichts. Die hat Brüste. Ja, die hat mir die Höhle gezeigt. Die hat mir den Traum gegeben. Okay. Aha. Sag mal, was du fressen? Sag mal, was? Was hast du denn im Traum mit dir gemacht? Ja, ich wollte gerade fragen. Was nehmt ihr alle, ey? Das sag ich mir normal. So wissen die, ich will auch mal nennen. Du musst sie hier. Dann kommt ihr angelaufen. Siehst du sie? Da hinten links. Äh, wohl. Du hast was entdeckt. Gallamands Grab. Jetzt erst? Geißen! Oh, ui. Geht doch nicht weg. Jetzt kommt doch wieder her. Ja, die hat dicke Brüste, ne? Rüchte Gebietzen. So, nein. Los, dann lass uns mal zurückgehen. Ich wollte gerade sagen, zuerst mal zurückgehen, alles abladen. Der Koko, die war ja nichts. Ich hab den Bogen gebaut. Der liegt in den Ausrüstungskisten. Ich guck mal, kann ich mal feilen. Ja, danke. Danke, Benita. Äh, Äste und Stein. Da haben wir da genug. Beine müssten wir auch haben. Boah, den könnte zerklopft, Junge. So. Guck. Mach es, du mach es mal wegschmeißen. Bleib stehen, du Viech, du. Ja. So. Trauerhaft? Oh, die kleinen Schildkrönen, hier lassen wir uns in Ruhe. Ja. Soll ich mal ranwachsen, dann haben wir mehr davon. Tja. Wo müssen wir denn hin? Äh. Ach ja. Werden suchst du? Wo müssen wir denn hin? Äh, zur Basis, geradeaus. Der großen Statue entlang. Sag mal, machst du mir gleich mal ein neues Kapuzenläppchen? Meinst du es kaputt? Das kann man ja reparieren, wollte ich nicht neu machen. Ein Kapuzenläppchen. Machst du mir ein neues? Ich reparier's dir. Neu gibt's bei mir nicht. Aber man setzt diesmal die Flicken so, dass man das nicht sieht. Die Leute lachen schon aus. So. Oh, das ist ja. So fein, da hab ich dir auch eine Licht. Wen denn? Also, dem Junter, der hat doch, der hat doch nichts. So, auf geht's. Guck mal, der Sklave dreht immer noch seine Kreise. Aber warum, wie ist keiner? Ja, der muss ja... Na, der ist schon fährt. Benutzen. Warte. Wo wollt ihr ihn hinhaben? Was macht ihr denn? Tun ihn irgendwo rein. Da kommen wir dann wieder einen neuen. Ja, warte, ich stelle ihn mal da vor das Haus. Ich bin ein bisschen überbelastet jetzt. Das hat dann nicht so... Ja, der Sklave. Ich hab ihn, Leute. Aber was kann er denn machen? Schick dir mal hier Gras pflücken. Ja, das tut er, der verteidigt. Nee, den kannst du... Ich weiß ja nicht, was da klarer ist. Ich hab ein Fighter. Er steht da. Das ist ja unsere? Ja. Ja, das ist ein Fighter. Ja. Wenn man nämlich so Werkzeugtypen haben, die können wir dann in die Werkzeugtische einlegen. Dann ist das alles schneller und so. Wo man was weibliches ran. Würde ich gerade sagen. Ist doch viel besser. Aber Männer, wir sind hier zu Hause. Ich mach feiern. Ich lebe hier oben ins Bett. Nee, auch rein. So, Bett. Akkupost. Ich muss bei meinem Bett noch sicher... Wann hat mir das freier Bett? Äh, ich hab's... Das mittlere. Ich hab's übrigens. Ah, jetzt steht hier. Jetzt steht hier. Gebunden an Manni. Gebunden an. Komm, so was. Wir reagieren. Da, bin ich da. Ach, wie kriegst du denn neben mir? Das ist Manni. Warte, der... Der holt's doch weit weg. Der will du nicht mit uns. Manni wollte mich nicht dabei haben. Ja, der will nichts. Ich glaub, der streicht so laut. So. Sind durch, ne? Ich muss Feier haben. Guck nach. Bereit, so. Ja, liebe Leute. Wenn ihr euch gefallen habt, ne? Breit was in das. Wir döns da unten drunter. Lasst ein Like da. Und auch bei den anderen gucken, ne? Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.